ja hallo und servus bei wolfs bike und tour tv heute rede ich wieder mal über reifen und einen konkreten über den evan trail rider den ich jetzt auf der kt macht 90 adventure drauf habe und wenn euch der gummi interessiert dann schaut euch das video an gut wenn man von reifen für reise enduro spricht dann haben die meisten einen bridge stone einen konnte einen dann lob einen michel einen metzler einen perelle auf der rechnung die wenigsten aber einen evan deswegen haben vor zwei jahren kann mich noch gut erinnern einige kollegen die nase gerümpft als ktm als serienausstattung auf der 97 adventure mit den evan trail rider daherkommen ist ich weniger weil ich den reifen schon ganz gut kannte ich hatte den schon auf einer schottland tour 2017 auf meinem tiger drauf und war sehr zufrieden ktm ist dabei geblieben jetzt auch bei der 9890 adventure mit dem evan trail rider und wie ich finde ist das keine schlechte wahl ist das sehr ausgewogener reifen für reise enduro für sehr sehr vieles abdeckt was die meisten mit einer reise enduro fahren wollen natürlich mit schwerpunkt straße das ist ein reifen den ich persönlich bei meinen reifen test so als 85 15er bezeichnet habe also der sommer spur mehr offroad lastig ist als diese meisten straßen reise enduro reifen aber trotzdem definitiv auf der straße zu hause ist also das ist ganz sicher das hauptaugenmerk des reifens der sehr sehr agil ein lenkt der sehr sehr handlich ist ja gutes hohes kriptniveau bietet und trotzdem im schotter auch ganz passabel funktioniert ich habe das schon in einem früheren video über den trail rider und auch über den track rider den zweiten adventure reifen den evan im programm hat er dann ein bisschen offroad lastiger ist erwähnt dass diese zeiten wo der ruf als holz reifen also der im regen überhaupt nicht funktioniert von evan dass diese zeiten vorbei sind und auch völlig unbegründet sind mittlerweile das ist moderner reise enduro reifen mit einer zwei gummi mischung mit einer härteren mischung in der in der mitte und mit einer weicheren auf der flanke die härtere mischung in der mitte ist für die laufleistung für die stabilität die weichere an der flanke für den grip für das handling und das funktioniert sehr sehr gut also ich muss wirklich sagen dass dieser reifen der auch relativ schnell auf betriebstemperatur ist der gerade jetzt so in dieser herbstzeit in der kalten jahreszeit gut funktioniert weil er nicht lang braucht weil er eben auch bei niedrigen temperaturen gut funktioniert im regen recht gut funktioniert ich muss jetzt sagen das grippniveau wird dann wenn es wenn er wärmer ist jetzt nicht entscheidend höher der hat von anfang an ein recht ordentliches grippniveau und im schotter taugt einem auch sehr das heißt der hinter reifen der bietet im schotter doch mehr traktion als viele dieser 90 10 reifen auch beim harten raus beschleunigen im groben schotter hat er ganz gute traktion für einen straßenlastigen reifen das vorderrad sage ich jetzt einmal das ist bei den 90 10 er das heißt wenn ich da verzögert wenn ich ein bisschen flotter im schotter unterwegs bin da wird dann eine kurve schon manchmal ziemlich eng da wird schon oft ein bisschen knapp weil er eben da nicht so spurgenau ist wie ein stollenreifen da treibt sich dann schon oft ein bisschen raus aber das ist alles gut kontrollierbar er kündigt auch seinen grenzbereich ganz gut an ich habe schon wie erwähnt ein video von dem trail rider online damals nur mit den erfahrungen auf meiner triumph tiger 800 mittlerweile bin ich den reifen eben auch schon auf der 790 adventure sehr sehr viel gefahren jetzt aktuell auf der 890 adventure bei eher herbstlichen kühlen bedingungen und deswegen haben wir gedacht es ist zeit für ein neues video über diesen reifen also das ist ein reifen für reise enturo gute wahl meiner meinung nach reifen thema aufziehen kann wenn man bei verschiedenen witterungen unterwegs ist weil er eben im regen auch gut funktioniert weil er was sehr sehr wichtig ist auch für ganz jahresfahrer bei kälte gut funktioniert und ordentliches kript niveau bietet da ist es sicher nicht bei den bei den top reifen also das ist jetzt nicht unbedingt ein heizer reifen wenn du jetzt einer bist der auf der straße immer auf auf druck fährt immer gern andrückt da gibt es sicher bessere reifen aber es ist sehr sehr ausgewogener reise enturoreifen meiner meinung nach wenn ich ihn jetzt noch mit den benchmark reifen der straßenlastigen reise enturreifen vergleiche also mit einem konnte trailer tag 3 oder mit dem neuen download meridian dann würde ich sagen dass er bei der laufleistung nicht ganz an diese herankommt beim grip sehr sehr nahe an denen ist auf der straße aber im schotter um eine spur ums einzel besser speziell das hinterrad also da hast du dann schon ein bisschen mehr traktion da hast du ein bisschen mehr stabilität als bei den vorher genannten reifen das vorderrad ist sehr sehr ähnlich also da schenken sich die wenig aber alles in allem finde ich den evan trail rider interessante wahl für alle die mit der reise enduro hauptsächlich auf der straße unterwegs sind auf verschiedenen straßen also das heißt auch auf schlechten straßen gern unterwegs sind aber auch bei einem schotterweg nicht unbedingt vorbeifahren wollen ich habe wie gesagt schon auf einer schottland reise drauf gehabt da haben wir sehr viel regen dabei gehabt hat man sehr taugt dass ich bin überzeugt davon dass der reifen wieder einmal auf eines meiner motorräder drauf kommt auf alle fälle sehe ich ihn als eine sehr sehr gute wahl für die ktm 890 adventure die ktm leute haben sich schon was dachte warum sie diesen evan trail rider als serienbereitung für die 890 adventure gewählt haben das ist ein reifen der vielleicht nichts am besten kann aber alles sehr sehr gut und sehr sehr ordentlich kann und so gesehen ein guter kompromiss reifen für eine reise enduro ist gut wenn euch das video gefallen hat dann vergesst nicht daumen hoch da zu lassen schreibt unten in den kommentaren rein was ihr für reifen fährt auf der reise enduro ob sie vielleicht den evan trail rider auch schon gefahren seid oder den track rider den bisschen offroad lastigeren bruder dieses reifen schreibt eure erfahrungen rein würde mich wirklich interessieren und falls es noch nicht gemacht habt ganz ganz wichtig hört noch auf die mail abonniert den kanal es kostet nichts und den wolf freut und nicht nur abonnieren sondern auch die glocke aktivieren damit ja solche videos in zukunft nicht versäumt und damit auch alle fälle auch nicht das video der ktm 890 adventure verpasst die ich im moment ausführlich teste diese ja nagelneu das 2021 modell und glaubt mir das wird auch sehr sehr spannend beim produktlounge von der ktm 97 adventure habe ich gleich einmal am anfang am vorderrad rutscher gehabt mit dem evan trail rider da ich den ref aber wie schon erwähnt vorher schon gekannt habe war mir gleich klar dass das nicht am gummiklegen ist sondern an den schlechten straßen dort in marokko mit dem evan trail ja 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 Vielen Dank.